Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Senua's Saga Hellblade 2. Ja, wir sind ja immer noch dabei durch das, ich möchte mal sagen, durch das Dorf zu gehen, um rauszufinden, was hier passiert ist. Und mittlerweile steht fest, wir sollen da hinten zu dem Licht hingehen, was wir jetzt demnächst, beziehungsweise jetzt in den nächsten Folgen mal in Angriff nehmen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, muss man auch mal sagen, das Spiel ist wirklich sehr schön. So schön wie so ein, ich möchte mal sagen, ein düsteres Spiel sein kann. Das ist ja... Schauen wir uns aber trotzdem noch mal ein bisschen um, bevor wir da hingehen zu dem Licht. Damit wir möglichst viel mitnehmen und nichts verpassen. Ach, selbst wenn ich nicht... Nicht so irgendwie glaube, dass es so großartig viele Sammelgegenstände geben würden, möglicherweise. Das, ähm... Ich meine, da kann mich gerne eines Besseren belehren, aber wenn, dann hätten wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen was verpasst. Ich denke, es ist ihre Frau, Freya. Ja, Freya. Es war Freya. Nein, was haben sie mit ihr getan? Was ist das? Wir müssen noch mal ein bisschen mehr versuchen, die ganzen Sachen anzu... oder in den Fokus zu nehmen, zu fokussieren, damit wir vielleicht auch mal ein paar nützliche Informationen mehr bekommen. Irgendwas ist verborgen. Da können wir noch lang gehen? Ah, na, sieh mir einer an. Ja. 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 Es kann sein... Ich hoffe es einfach mal nicht. Aber ich denke es mal fast schon, dass wir... eins... Einmal... Einmal... Einmal von diesen Runen da vergessen haben. Oder übersehen haben, dass das natürlich wieder mal... sehr beschissen. Aber ich wüsste sonst auch nicht, wo das hätte gewesen sein sollen. Wir haben ja eigentlich fast alles abgesucht. Oder ich bin mir eigentlich fast schon sicher, dass wir alles abgesucht hätten. Aber gut, entweder finden wir es noch, dass das nicht nach Reihenfolge ist. Oder wir haben wirklich eins vergessen. Was natürlich umso besser für euch ist, dass ihr das Spiel selber spielt und alles andere finden könnt. Was ich jetzt nicht finde. Weil meine Promisse ist ja immer, eigentlich alles vom Spiel mitzunehmen und alles mögliche zu zeigen. Aber das gelingt mir manchmal so semi gut, wie man jetzt da halt auch merkt. Ich weiß nicht, ob ich dann doch irgendwie zu schnell vorankommen möchte, dass man dann sagt, hey, dass es nicht zu langweilig wird. Weil das eigentlich auch nicht so der richtige Weg ist, so ein Spiel zu spielen oder sagen wir mal so zu entdecken eher. Gerade wenn das vielleicht auch so recht wichtige Storyfetzen sind, ist das so ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, vielleicht haben wir es auch gar nicht übersehen. Und das ist nicht nach Reihenfolge. Kann ich mir zwar, wie gesagt, nicht vorstellen. Weil es, so wie ich das richtig gesehen habe, auch dafür ein Achievement gibt. Aber naja, gut. Irgendwo in der hinteresten Tür oder weiß nicht genau wo, wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass wir hätten dieses, diese Rune hätten finden können. Hier ist nichts, ist auch nichts, was wir irgendwie gebrauchen können oder mitnehmen können oder uns anschauen können. Dann bleibt uns ja eigentlich nur der Weg in Richtung, Richtung Licht. Aber vorher schauen wir natürlich noch in die Hütten hier hinten. Ob sich da irgendwas verbirgt, was für uns interessant ist. Sofern wir reinkommen, muss man ja auch sagen. Ich glaube, hier, da brauchen wir nicht reingucken. Und hier auch nicht. Einfach nur eine Fackel und alles ist zu. Gut, dann, wie gesagt, das Spiel. Frag mich jetzt gerade, was sie, was die meinten. Es bleibt uns ja eigentlich auch wirklich nur noch der Weg über, ne? Hier lang zu gehen, weil da dürfen wir nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Rücke nicht kaputt geht. Ja, und natürlich wieder mal ganz schön viele Schreie. Ja. Ja. Hier ist jetzt alles gerade ein bisschen sehr zugenebelt. Ich hoffe, die Sicht wird gleich wieder besser. Oder wir unterhalten uns gleich wieder mit dem Schatten. Irgendwas wird wahrscheinlich passieren. Irgendwelches Knurren in der Ferne. Wird immer lauter. Irgendwelches Knurren in der Ferne. Es ist verrückt. Das ist so schön. Du kannst den Schwenk hier senden. Es ist hier drin. Listen. Torture. QQ. Sie werden uns töten. No. Nun. Nyaaaah We are so enthous. You can do this. The light is so enthous. We want to keep moving. We will lead you to where you need to be. She can't get in here. Find another way. You can do this. It's easy to turn back, turn away. When every nerve is screaming with fear, Be safe, be quiet, run and hide, run away, but to turn back is to lose yourself, lose your way, defeated and dead eyed, and the path ahead is clear, soaked in blood and bile, but beaten bright and clear. Einen anderen Weg, möglichst ohne den Jogger hingegen zu, oder in die Arme zu laufen eher, ist glaube ich das bessere Wort. Das werden wir noch rausfinden, ob dieser... Schauen wir einfach mal, was da unten ist. Mehrere Wesen? Es scheint, dass die Blut nicht mehr leben wird. Aber ich weiß, dass ich meine Lichter finden würde. Wer ist er? Er kennt uns. Er fühlt uns. Wir befinden uns, um uns in der Schmerz. Du musst ihn helfen, Senua. Das ist unsere Reise. Das ist unsere Bestenheit. Wir müssen uns helfen. Wir müssen uns helfen. Senua. Was нам helfen? Wür dir deine나 Lebensость für diesen Er sweatern? Even meinen Talkern ist es nicht Erste. Das ist unsere Schmerz, der Passend Exer bzw. Es war diesen Schmerz. Der Herr, dein Willian seine Lara hat verschwenden Women, das ver ejemplo. Er ist eine Heilige Zeitung wegzune name, Wir wollen nicht unser recurzente clothing. Wir können ihr uns helfen, Wenn ihr für ihn nicht zu helfen IV an. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wir müssen diesen Mann auf jeden Fall nicht nach unten sehen. Das versuchen wir natürlich so gut wie es geht zu verhindern. Doch, doch, es ist zu spät umzukehren. Aber gegen so eine Draugrherde komplett zu kämpfen, ob das so sinnvoll ist. Weiß ich ja nicht so wirklich. Da könnten wir lang, aber ich versuche mein Glück. Erstmal hier. Hoffentlich möglichst ohne entdeckt zu werden. Was ist das? 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 Es ist nur zu viel. Sie sind nicht human. Sie können nicht sein. Natürlich sind das keine Menschen. Was ist das? 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 Ah, hoffen wir mal, dass niemand uns hier unten erkennt. Beziehungsweise entdeckt er. Ja. Ah. Lass uns mal irgendwie zu erwarten, dass das passieren muss. Ja. Nur noch ein kleines Stück, dann haben wir es. Ja. Ist unser Ziel eigentlich immer noch, dem Mann zu helfen? Scheint ja eigentlich fast so. Und links war jemand. Ja. Jetzt wird's glaube ich lustig. Ja, aber nicht gut. Nee, das ist alles auch bereits gut. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt haben wir auch mal. Brot ist ja noch einer. Dem war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber wir haben mal was halt so. Oh, Junge. Jawoll. Der liegt mal schlaulicherweise recht gut. Das ist ja noch nicht so gut. Aua. Oh, jawoll. Ja, nicht so gut. der spiegel ist natürlich eine sehr starke natürlich so gut es geht einsetzen und dann kann man uns ganz gut durch solche herzen das hat ganz gut funktioniert und den haben wir doch noch nicht dann jetzt dann halt mit hilfe des spiegels aber das ist nicht gut jetzt aber sehr schön viele sind das eigentlich noch fragt du mal am rande hoffe das ist die richtige entscheidung was Komm schon, Senua. Das schaffst du das. Komm, 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 komm. Ähm. Was passiert hier, ja? Der Mann ist auch frei. Komm schon. Und schnell weg. Das sieht gar nicht gut aus. Ja. Natürlich. Gut. Gott sei Dank, ein Stück machen wir noch, um da wegzukommen. Um uns einen ruhigeren Ort auszusuchen. Mhm. Mhm. Hm. Opfer? Als Opfergabe? Ja. Dachte ich mir. Ja. Ja. Na ja. Schauen wir mal, wo er uns jetzt hinführt. Okay. Na mal hin. Gegen sie kämpfen? Na. Müssen wir schauen, ob das so klappt. Aber anscheinend müssen wir sie ja bekämpfen. So you're from Orknear, by your accent. How did you come here? As a slave. I have the slave master tied down there. He brought you in here. The master. Maybe he escaped. Yeah. Da müssen wir also hin. Howard, can you tell me how to get there? Yes, but why would you want to go there? I'll kill you. Worse. You need to go there, Samuel. Don't doubt, don't be a coward. He can help you. He will show you the way. That monster. What was the name? Thorkester. Orkester, okay. Haha. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Man muss sich mal vorstellen, wenn man jetzt hier in so einem Land leben würde. Ah, da ist er ja. Ja. What are you going to do, Senua? You know what to do. We don't need him anymore. What do you want to do about him? Nothing. Leave him. I don't need him. You can tell me where I need to go. He cares about him. He's stupid. He's weak. But if you leave him, he will die. What? 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 I don't need him. I don't need him. I don't need him. I don't need him. He's just a little bit of a danger. So stupid! She's not listening to us. Stupid? She is saving him. That monster. That wound looks bad, Thorgister. I don't want to talk to you. But if you accept my hospitality, I can have it treated. You will not make it far alone. I will come with you. But this changes nothing. I do not expect any gratitude from me or my father. How could I die? Naja. Also Dankbarkeit wäre ja wohl das Mindeste. So many questions. She's a giant. She's a giant. A giant, a cursed land. But now she has help. Fargrima knows this land. Many have tried to fight them, but all have failed. They're immortal. Maybe the gods can kill them, but there are no gods in these lands. The giants hide by day and hunt at night. You may think. Well, at least there's some respite by day. But know this. The nights grow longer. Come winter. There is no day. Just endless night. Soon the time of man will end. So you just passed away or do it. You don't care for that. Otherwise they are little than lost. This place. What is this place? My settlement. In mourning. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das stimmt. Gut, nichtsdestotrotz, jetzt ist es ja wieder ein bisschen ruhiger. Das Spiel hat gespeichert, also verlieren wir keinen Fortschritt. Machen wir jetzt hier eine Folgenpause. Ja, die Folge ging dann doch wieder mal ein bisschen länger als geplant. Fast eine halbe Stunde. Wahrscheinlich, wenn wir mit der Verabschiedung fertig sind, ist es eine halbe Stunde. Gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei unserer Reise in der nächsten Folge hier, ebenfalls wieder mit deinem Startwert. Aber bis dahin. Ciao. 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 Ciao.